Musik Wenn du dir im Fernsehen oder in den Tageszeitungen die Nachrichten anschaust, dann wirst du feststellen, es ist furchtbar. Es ist entsetzlich. Eine schlechte Neuigkeit nach der anderen. Ein scheinbar unlösbares Problem nach dem anderen. Eine Katastrophe nach der anderen. Es ist unglaublich, wie wir täglich mit schlechten Nachrichten bombardiert werden. Und es stimmt, Entmutigung findest du an jeder Ecke. Das Problem ist, dass wir als Kinder Gottes häufig uns genau die gleichen Sorgen machen, wie alle Welt um uns herum. Die gleichen Befürchtungen haben, wie alle Welt um uns herum. Wir haben die gleiche Angst vor den gleichen Dingen, wie die Menschen um uns herum. Aber ich möchte dir etwas sagen. Das ist nicht das, was Gott für dich vorgesehen hat. Im Neuen Testament können wir lesen, Alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Das heißt, wir sollen uns mit Dingen beschäftigen, die diese Kriterien erfüllen. Rein, wahr und so weiter. Da werden viele, viele der Nachrichten schon durchs Raster fallen. Wir müssen aufpassen, was lassen wir an Informationen oder Neuigkeiten an uns heran? Was glauben wir? Worauf schauen wir? Die Bibel fordert uns auf, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt, dass Kinder Gottes einen anderen Sinn, ein anderes Denken, ein anderes Verständnis haben, als die Welt um sie herum. Wahre Kinder Gottes machen sich nicht die gleichen Sorgen wie die Menschen um sie herum, weil sie einen ganz anderen Horizont, eine ganz andere Perspektive haben. Und wenn immer du Nachrichten siehst, wenn immer du Nachrichten liest, im Grunde genommen musst du es wie durch einen Filter erst einmal durchlassen. Hier hörst du die Nachrichten und im Grunde genommen müssen die durch den Filter des Wortes Gottes erst einmal hindurch. Das ist die Wahrheit, die absolut Bestand hat. Dieses Wort Gottes, so sagt es uns, ist beständiger als Himmel und Erde. Das Wort wird nicht vergehen. Das ist etwas, was absolut verlässlich ist und ehrlicher und wahrer und verlässlicher als alle Medien zusammengenommen. Das ist etwas, was wirklich Bestand hat. Und wenn du Nachrichten hörst oder Dinge hörst, die dich ängstigen oder die dir Sorgen machen sollen, lass es erst einmal durch diesen Filter hindurch. Lass es erst einmal durch den Filter des Wortes Gottes hindurch. Da heißt es, großer Mangel wird auf uns zukommen in irgendwelchen Lebensbereichen. Du liest im Wort Gottes, mein Gott wird all unseren Mangel aufhelfen. Das ist etwas, was notwendig ist. Deshalb musst du das Wort kennen. Du musst zunächst einmal als Kind Gottes wissen, ich lasse nicht einfach alles ungefiltert auf mich einprasseln, mach mich verrückt und lass mich bezwingen und berauben, verliere meine Freude, sondern ich nehme das Wort Gottes, lass es erst einmal, alles was kommt, durch diesen Filter hindurch und was dann rauskommt, das nehme ich für mich in Anspruch. Weißt du, das Wort Gottes sagt uns, dass wir überreich gesegnet sind mit jeglicher geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das ist das, was Gott für dich bereit hat. Und in dem Sinne sage ich dir, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!